Mein Name ist Thomas Gebert. Ich bin der Studienleiter des CAS Claims Management von der ZHW School of Management and Law. Der Studiengang vermittelt die nötigen fachlichen Grundlagen, Methoden und Instrumente, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen des Claims Management zu bewältigen. Sie lernen in diesem Kurs, wie Sie die komplexen Wechselwirkungen des Claims Managements zwischen Kundenzufriedenheit, Aufwand und Kosten optimal managen können. Dazu werden alle Bereiche des Schaden- und Leistungsmanagements betrachtet. Zudem erarbeiten wir, welche Faktoren maßgeblich sind, um dauerhaft erfolgreich zu sein, innerhalb des immer komplexer werdenden geschäftlichen Umfelds. Der CAS richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Schaden- und Leistungsmanagement tätig sind. Der CAS ist in zwei praxisorientierte Module aufgeteilt. Modul 1 gibt Ihnen einen vertieften Einblick in die Strategieentwicklung, Führung von Schadenbereichen und Schadenportfolio-Steuerung. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Prozesse und die dazugehörigen Leistungen des Claims Managements auf. In Modul 2 befassen wir uns dann unter anderem mit den Themenkomplexen, Technologien und die Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und schauen uns an, welche Fähigkeiten ein Claims Manager benötigt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. Die Dozierenden des CAS Claims Management sind ausgewählte Führungskräfte und Spezialisten aus der Versicherungswirtschaft. Es werden Ihnen nach erfolgreichem Abschluss des CAS 12 ECTS-Credits vergeben. Dies entspricht einem Arbeitsaufwand von 300 bis 340 Stunden. Nach dem Kurs erhalten Sie einen zertifizierten, international anerkannten Abschluss. Der Unterricht findet an 20 Tagen statt, jeweils freitags und samstags. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an dem CAS Claims Management teilnehmen. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.